Ich hoffe dir geht es gut, ich fahre jetzt gleich nächstes Los. Ich habe jetzt Feierabend gemacht. Ich denke es wird so halb 7 bis ich bei dir bin, nach Feierabendverkehr weiss ich natürlich nicht. Ich hoffe du bist bereit und wir sehen uns dann. Peace! Yo Freunde, ich bin jetzt gleich zum Losfahren für das Raffel. Heute noch eine Track Liebe aufnehmen, die wir zusammen machen mit meiner Schwester. Raffel und meine Schwester, Chorsana, haben die Huck schon eingesungen und er singt dann vielversprechend. Mal schauen, ob ich heute meinen Partner beisteuern kann und wie es nachher wird. Wir sehen uns später. Peace! Yo Leute, denkt ihr, ihr seht mit dem Raffel auf dem Parkplatz? Nein, er hat mir noch angerufen. Ich brauche noch Brot, um es zu Nacht. Es gibt anscheinend Bratwurst und Brot. Keine Ahnung, aber es kann nicht sein, dass ich hier das Geld holen muss. Zum Aufnehmen muss ich noch Brot bringen. Wir gehen jetzt mal schauen. Ich fahre jetzt noch zum Raffel. Ich war jetzt schon an der Tankstelle. Ich habe dann noch so ein Brot geholt. Und zwei kaffeinhaltige Erfrischungsgetränke. Wir gehen uns dann an der Peace. Yo Freunde, jetzt bin ich endlich beim Raffel angekommen. Heute wieder mal perfektes Wetter. Mega geil. Und jetzt... Was? Was machst du jetzt? Wir sagen, ich rappe schlecht, aber immer unpünktlich sein. Ja, sorry. Ich hatte noch einen Feierabendverkehr. Jetzt komme ich zu essen. Du hast gesagt, ich muss noch... Ich bin schon viel mehr da. Ja, sorry beim Schlagen. Dann bin ich da. Dann bin ich da. Dann bin ich da. Dann bin ich da. Und wer Liebe geben kann. Yeah. Aber keiner bekommt, wenn er einfach will. Nein. Vielleicht sind wir ja von einer anderen Stern. Wer weiß. Oder eventuell haben wir uns gar nicht mehr gern. Und darum feiern wir Krieg. Yo, ich bin jetzt beim Raffel angekommen. Schon lange, wir haben jetzt Bratwürst gegessen. Digi? Digi? Ich musste auch Outfit wechseln für die Bouff. Weil heute hast du gemessen, wie warm das ist, die Bouff? Ja, ich glaube es ist etwa 35 Grad. Wie viel 30 Grad? Wie viel 30 Grad? Blende die Sonne und dann muss ich noch eine Sonnenbrille anlegen. Ähm. Willst du dir überlassen, ob du deinen Text auswendig hast oder nicht? Ich kann ja fast auswendig. Wir gehen jetzt mal schauen. Und äh. Ja. Nehmen wir mal mit Liebe noch den Part auf. Peace. Hat man der Liene für Liebe es gegengegeben? Hat man... Was? Wie geht's? Hat man der Liene Liebe für... Nein, warte jetzt, warte, warte, warte. Hat man niemand für Liebe es... Hat man niemand für Liebe es gegengegeben? Hat man niemand für Liebe es gegengegeben? Jetzt rockt er's. Rock'n'Roll! Sag's nochmal bevor du das aufnimmst. Ich muss es erst lesen. Hat man niemand für Liebe es gegengegeben? Hat der Liene für niemand ein gegengegeben? Hat er niemand für Liebe es gegengegeben? Hat er niemand für Liebe es gegengegeben? Was ist denn? Digi, was ist los? Hä? Hast du gerne? Box. Box? Box gibt's nicht mehr in... Spiele. Was ist jetzt das Problem? Du hast kein Delay. Obwohl es eingeschaltet ist. Ich gehöre es auch nicht. Mach einfach vor, sorry. Lieni, hast du gerade einen Adlibs aufgenommen? Mach einfach vor, Digi. Spitzig. Lieni macht seine Adlibs. Summisch. Ach ja. Tja. Das geht dir gut. Pepper. Ja. Gab war mein glaube ich? Nein. Ja. Ah odem? Ja. Rösten. Allein? Nein. Verstehst du mich? Ja! Nicht schlecht, oder? Finde ich easy. So, wir sind gleich nachher mit dem Song. Noch die letzten Feinschliffs, Adlibs und Zahn einfügen. Alles noch abmischen und mastern. Und ja, das Endresultat wird auch legendär, sage ich mal. Weiss es nicht. Mal schauen, was die Räder im Moment. Bauf heute extra heiss. Was sagst du dazu? Ich verstehe nichts. Wieso? Er hat Kopfhörer aufgetragen. Kaufen alle Aktien für Hörgeräte. Peace. Ja... Wir sind fertig mit unserem Song. Es ist jetzt... 10.11 Uhr. Wann bist du gekommen? So um halb 8 Uhr? Nein, halb 7 Uhr. Aber wir haben zuerst noch Bratwurst gegessen. Nein, wir haben zuerst noch Bratwurst gegessen. Er hat eigentlich nur seinen Part aufgenommen. Und noch etwas Adlibs gemacht. Ja. Ich glaube viel mehr haben wir nicht gemacht. Ein bisschen... Noch ein bisschen Feinarbeiten. Jetzt gibt es Master rausgelassen. Jene. Crème de la crème. Der Song ist fertig gebounced. Ich würde sagen... Mal... Chillen. Nacht drüber schlafen. Drei hören. Und dann entscheiden, ob es gut war oder nicht. Wenn es nicht gut war, kommen wir nochmal. Dann kommt er noch einmal. Witz. Liebi. 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 Ja, geiler Song. Mal, mal. Mal, vielleicht arbeitet ihr es auf das Album oder auf die IP. Ich weiss noch nicht. Mal schauen. Mal schauen. Bist du kaputt? Nein. Machen wir den Arschzahn gleich mal. Ich gehe nach Hause. Fuck up. Fuck up. Alter, aber du hast wirklich nicht drauf. Ich habe jetzt zweimal gespiechelt. Es steht immer... Ich bin von vorne. Dann gehst du nicht drauf. Aber dann schlieg ich nicht drauf. Komm, wir machen es gleich so. Kann ich den mal schnell anschliessen? Ja. Kann ich die Camerfotelchen machen? Mhm. Nein, ich habe noch Videos. Ja, ich weiss ja nicht. Das ist ein Vloggingcam.